Mehrere Menschen sind bei einem Erdbeben im Iran offiziellen Angaben zufolge am Samstag ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt, wie staatliche Medien meldeten. Das Beben im Süden des Landes, nahe der Golfküste, hatte demnach eine Stärke von 6,1. Es ereignete sich gegen zwei Uhr morgens Ortszeit und es folgten in den Stunden danach mehr als 20 weitere Erschütterungen in der Region. Darunter erneut ein Beben, der Stärke 6,1 und eins sogar mit der Stärke 6,3. Laut der Nachrichtenagentur Irdena sagten Behördenvertreter, dass alle Todesopfer auf das erste Erdbeben zurückzuführen waren. Bei den späteren Erschütterungen wäre hingegen niemand mehr ums Leben gekommen. Die Such- und Rettungseinsätze wurden nach Angaben der Behörden mittlerweile bereits wieder eingestellt.